Ich kann nicht mehr Polizist sein. Ihr Unfall ist zehn Monate her? Ich bin Frank Shaw, das ist Dougie Slater von der Mordkommission. Mach mir weg und verschwindet einfach von hier! Sie sollten sich darauf einstellen, dass Sie eventuell in Zukunft noch mehr an Gehör verlieren. Ich, äh, ja, ich hab's hier verstanden. Bin ja nicht taub. Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Was hast du denn vor? Willst du hinschmeißen? Ich hab eine Spur zu diesen Hype-Partner-Morden. Was hat sie gesehen? Wissen wir noch nicht. Sie ist taub. Ich bin kein Dolmetscher. Du hilfst mir, ich helfe dir. Das machen Partner so. Sie hat einen Streit gesehen und sie hat das gefilmt. Entschuldigung. Nochmal. Ja. Du hast dich gut geschlagen. Das muss sehr amateurhaft aussehen. Los! Hat irgendeiner das Video gesehen? Nein! Hilfe! Oh Mann, wie geht's? Ah! Wow, 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 wow! Warf auf den Boden! Geh die Treppe und renn da runter! Jeder von uns hat eine wichtige Aufgabe. Ich brauch keine Zeugen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020